Hallo, hier ist Nackwitz Mare für Poker 770 und ich habe hier neben mir den jungen aufstrebenden Team-Bro Patrick Lebenbauer stehen und er wird uns jetzt erzählen, wie er zu Poker gekommen ist, was er im Augenblick spielt und eventuell verratet er uns sogar eine Strategie für morgen. Ich spiele jetzt seit rund sechs Jahren Poker, habe angefangen mit Online-Turnieren und habe dann recht schnell gemerkt, dass es nicht wirklich das meine ist, obwohl ich einige Erfolge feiern konnte und habe dann auf Potly mit Oma Cash Game umgesattelt und grinde jetzt die Mid-Stakes. Sehr schön Patrick und verratest du uns vielleicht noch die Strategie für morgen? Vielleicht nur einen kleinen Teil davon? Ja, also ich werde in der Anfangsphase recht tight spielen und mir die Gegner anschauen und vielleicht einige Tails aufgreifen und werde dann mit den gewonnenen Informationen etwas adepten und etwas Luder spielen. Okay, klingt sehr solide. Dann wünsche ich dir viel Glück für morgen und ja, ich hoffe wir sehen uns am Final Table. Danke, das war's für Poker 770. Wiedersehen. Nach 15 Grad piles pointers Nach 15 bis 0 Ich Size Wenn Du Viere You Ich Ich